Hallo, in dem heutigen Video geht es um Osjusti von Bruckner und da um den Sopran 2. Wir starten sofort von vorne. Eins, zwei. 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 Drei, vier. Eins, zwei. Drei, vier. Eins, zwei. Eins, zwei. So, wir nehmen einmal die Stelle ab Medi-Tabi-Tur. Eins, zwei. Gleich noch einmal diese Stelle. Und jetzt beginnen wir noch einmal von vorne. Eins, zwei. Eins. Eins, zwei. Drei, vier. Eins, zwei. Eins, zwei. Jetzt folgt der Mittelteil. Singt bitte mit. Eins, zwei, drei. Eins, zwei. Eins, zwei. Drei, drei, vier. Eins, zwei, drei. Drei, drei. Drei, drei. Drei, drei. Drei, drei. Gu quer trencaber. Simtích. 3, 4, 1, 2, 3. Das machen wir gleich noch einmal. 1, 2, 3. 4, 1. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 4, 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4, 1, 2, weg. Wir beginnen jetzt mit dem dritten Teil und wir nehmen da ein paar Takte als Übergang mit und beginnen in Takt 39. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4, 1, 2. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Amen. Das machen wir gleich noch einmal und beginnen in Takt 39. Eins, zwei, drei, vier. Zwei, drei, vier, weg, vier, eins, zwei. Eins, zwei, drei, vier, eins, zwei, drei, vier, eins, zwei, eins, zwei. Eins, zwei, drei, vier, weg, sechs, zwei, vier, eins, zwei, drei, vier, eins, zwei. Amen. Das war es auch schon. Wir sind einmal durchs ganze Stück durch. Viel Spaß beim Singen und bis zum nächsten Mal. Tschüss!